Wieso fragst du? Achso. Boah, ich brauch Holz. Warte, ich hab wie viel dabei? 17. Roh oder? Roh, ja. Ja, nimm mich gerne an mich. Geh intern. Vor dir. Und ich pflanze schon mal einen Baum. Geil. Oh, links ist ein Skelett, ne? Au, fick dich. Ich hätte das Eiskelber in meinen Bogen gemacht. Zweideutig. Ich stehe so vor mir, stell dich mal vor dir. Ich brauche mich. Achso, ja, wir finden. Danke. Bitteschön. Oh. Oh. Ich geh holzfahren. Ich hab nichts zu tun. Wollen wir gleich in die Höhle gehen, irgendwann? Aber diesmal eine richtige, ne? Hm. Warum höre ich jetzt noch Zombies? Vielleicht ist es unter uns auch eine Höhle oder so. Nee, in meinem Haus ist eine Höhle. Aber ich finde gar nicht immer eine Höhle. Äh, in meinem Haus. Ich komm dir scheiß wie zu mir, ey. Gestern. Du Scheiße, ey. Alter, weiß ich, welches Damage mir den Scheiß viel gemacht hat. Welches? Ich war beim Abbauen von Kohle. Auf einmal kommt das da rein. Ich bin voll in der Sackgasse und das kommt immer näher und schlägt mich. Wer? Und ich konnte nicht wechseln. Ja. Und ich konnte nicht wechseln zum... Mein Kraft kann schon ganz schön aggressiv machen, hm. Nein. Und ich konnte nicht zum Schwert wechseln. Das war echt dumm. Dann ist mal eine Spitzhörge draufgegangen. Super. Mhm. Alter, ist schon wieder einer hier. Wie hier, ne? Boah, ich brauch schon wieder essen. Hast du nichts mehr? Doch, ich hau mir jetzt zwölf Chicken in den Ofen. Haben wir noch Kohle? Ja. Komm her, du hässliche Scheißviele. Wo bist du? Da ist ein Schwein. Bleib hier, Schwein. Ach, wie geil. Man braucht nur einmal... Guck, warum ich schnell meine Bäume wachsen. Ich habe mir jetzt so zehn Sekunden hingeplantet. Ja, warum wachsen so schnell? Na, Knochenmehl. Wohin soll ich sagen. Wanns wachsen? Wow. Das ist so ein geiles Loch hier. Ah. Das ist was heute. Das ist halt deutlich, ja. Geiles Loch. Also, geiles. Haha, du wirst verrecken, du Scherzvieh. Nein, werde ich nicht. Hä, warum trifft denn der mit meinem Schwert nicht gleich? So doof. Oh, hops. Was war denn das gerade für ein Stöhner? Ich hab üblich gesagt, weil ich so erst an meinem Haus vorbeigelaufen bin. Zwei Knochen. Achso, jetzt was ich was machen wollte. Weißt du noch, Konfors-Freizeit damals? Damals? Wie gesagt, Kack-Tanke? Ja. Es aus 16. Jetzt so schön, Monos. Ja. Wie viel Gewinn, die durch uns gemacht hätten. Ja, dann hat halt die andere Tanke profitiert. Hey, ich habe die eine. Drei Meter Haushalt von Pferden war. Oh. Hallo. Wie? Wie? Oh. Ey, das ist ein Geistesbett. Danke. Ich könnte mir mal vorgehen in die Decke. eigentlich soll das cool aussehen aber betont eigentlich okay hier aus süß wo wir noch vielleicht direkt bei meinen neuen steiler betten 0 jetzt mal ehrlich was geht denn hier ab ich denke ich kann ausgau ich werde mir mal eben rein ich lasse die Drohne liegen und hier Eier ok Spur wo die sind 4 Gäb ich dir recht fliegen sind böse ich bin es der Moment ist zu tun und der Platz ist so sonst Ja, man hat sie erwischt. Man hört nur... Oh, ein Creeper. Hallo, Schnuggi. Na, Schnuggi? Bam, ja, mach's kaputt. Oh, da ist wieder einer. Umdrehen. Tch, 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 tch. Fick dich, Mann. Woah, 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 woah. WTF. WTF, ey. Was denn los? Fuck, jetzt kommt noch ein Zombie irgendwo. Woah. Hochbauen. Ey, komm. Scheiße. Oh, Mann, ey. Alter, so ein fucking Bullshit, ey. Weißt du, ich geh in hier eine Höhle rein. Um die Ecke sofort ein Creeper, ich lauf weg. Schlag den, er explodiert. Ich will da wieder langlaufen. Hab nicht gesehen, dass er was weggesprengt hat. Genau da drunter war ein neuer Gang von der Höhle, ich fall da erstmal rein. Richtig dumm. Richtig geil. Nein, wie die Scheiße. Einer weiß nicht, wie er streckt hat, weil sie unten war. Alles war derbe, du es sah. Naja. Gut. Nichts passiert von der Höhle. Irgendwo war ich. Hat mich hier eigentlich auch Fraps? Hm, keine Ahnung. Ja, da gebe ich dir recht. Nee, mein Bruder schreit gleich wieder fürs Haus. Wieso? Wegen meiner Schwester. Hat Jenny wieder Scheiße gebaut? Oder hat sie sie bei Fang den Schwanz erwischt? Bestimmt bei Fang den Schwanz. Ja. Nein, Jenny will noch irgendwo hin und dann... Wollen wir da jetzt noch los? Nee, ich tu nur so. Hat sie zwar nicht gesagt, das wäre cool. Ich tu nur so, dann fahr ich dich nicht. Ich will Creeper Sinten, ey. Da, wo ich eben runtergefallen ist, bin... Wo ich eben runtergefallen ist. So logisch. Ja, auf jeden Fall, da war es jetzt noch ein Creeper. Oh, fuck. Scheiße, da brauche ich schon wieder Holz, ey. Was hat deine Mutter eigentlich gesagt, als sie wiederkam? Zu dem... Landkino? Ja, genau. Halt, dass ich es nicht noch machen soll und so. Okay. Sie hat nicht rumgebrüllt. Warte mal eben. Ja? Was ist denn? Ich? Äh, ja, Hausaufgaben sind fertig. Ja. Ja. Was ist los? Hörst du mich? Ja. Warum hörst du mich nur? Du bist so krank. Hast du gemutet? Ach so. Nee, 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 schon gut. Das ganze Haus hat auch voll gerochen, noch nicht. Wannach? Ach, scheiße. Ach, dazu. Ja. Warte, ich mach mal kurz den Schnitt. Tschö.